Digga, Junge, was ist eigentlich mit diesen Üftet, Mann, Alter? Ja, und diesen Danger, ja, ich kenn die, die wollten doch 15. Mai Track rausbringen und so. Sunpoint, Montpoint und sowas, Digga. Oh, lächerlich und armseligen Leuten. 16er, Junge. Schau doch nicht, Digga, Jungs, was ist denn los, Digga, Mann? Ich dachte, die hauen jetzt einen raus, aber ich bin immer noch drauf gespannt, Digga, aber kommt nix, Digga. Ja, was soll man machen, das sind halt Knechte. Ey, Jungs, was geht ab bei euch, Digga? Wie ist Üftet, Digga, was geht ab bei dir, Digga? Was macht die hier? Wie geht's dir, was machst du so? Ich chill, Digga, muss ich gleich zum Studio ein bisschen aufnehmen. Wir freuen uns schon auf deinen Track. Digga, aber, Bruder, du sagst immer Track, Mack und sowas, aber holst du mal jetzt da raus, Mann. Wann kommt der raus? Jungs, wisst ihr was, Digga? Jetzt geht's ab. Yeah, ich zett da Usta. Usta, Usta, ich bleib ein Clubstar, komm mit der AKW, mach Rabatt auf heute das Feature. Mit Denjo, was geht ab, ich bleib im Ghetto, Sorte beim Flavor, etwas Bräune. Sampo und Sampo, ich grüß meine Leute, hol mir die Beute, schön aus Gebäude, hat eine Presse, ich mach mir ne Freude. Yeah, ich zett da Usta, 2014. Jetzt kommt mein Bruder Denjo, gib euch die Rest. Ich zett da Usta.